Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, völlig gesunde Bürger werden unter Androhung drakonischer Strafmaßnahmen eingeschüchtert. Unter dem Beifall der Staatsmedien werden Wasserwerfer gegen friedliche Demonstranten eingesetzt. Bei Demonstrationsteilnehmern werden Hausdurchsuchungen vorgenommen, Handys beschlagnahmt, im Internet Zensur und Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Die Menschenrechtslage so verheerend, dass sich die UNO einschaltet. Das ist nicht nur die gegenwärtige Lage in der Volksrepublik China, das war bis letztes Jahr auch Teil der Lage in Deutschland. Die Bundesregierungen haben sich selbst so verhalten, wie es die Kommunistische Partei Chinas nach wie vor tut. Auch hier bei uns. Besuch von Verwandten in einem anderen Bundesland verboten. Allein auf einer Parkbank ein Buch lesen? Verboten. Schlitten fahren mit der Familie an der frischen Luft? Verboten. Denunzianten gefördert. Sie beklagen sich jetzt zu Recht über Zensur in China. Aber was haben Sie selbst bis vor Kurzem gefördert? Im Staatsfernsehen tagtäglich Beschallung mit irrelevanten Zahlen, die nur ein Ziel hatten, die Verbreitung von Angst, wie beim Televisor aus Orwells 1984. Zeitgleich wurden Kritiker dieser Zustände diffamiert und bekämpft, freiheitsliebende Spaziergänger als Aluhüte und Rechtsextremisten beschimpft und aus Restaurants, Schwimmbädern und Fitnessstudios verbannt mit Androhung von Beugehaft und Rentenkürzungen. Ein SPD-Oberbürgermeister bei Stuttgart erlaubte gar, Schusswaffen gegen Spaziergänger einzusetzen. Polizeigewalt in Deutschland, so massiv wie seit über 30 Jahren, seit dem Ende des SED-Regimes nicht mehr, so massiv, dass sich der UNO-Sonderberichterstatter für Folter einschaltete. Polizeigewalt, wie wir sie zu Recht in China beklagen, auch hier bei uns. Und nahezu alle von Ihnen haben mitgemacht. Herr Trittin, Sie haben die Impfpflicht für alle gefordert. Jetzt können Sie viel über Freiheit in China reden. Herr Lauterbach ist ja passenderweise gar nicht da. Wogegen sich jetzt mutige Chinesen wenden, wurde hier jahrelang praktiziert. Die totalitäre Zero-Covid-Petition wurde von den führenden Figuren des Mainstreams unterzeichnet. Zero-Covid-Klimahöpferin Luisa Neubauer, der staatsfinanzierte Georg Restle, sogar der vom Stasi-Mann zum Berliner Staatssekretär aufgestiegene André Holm war mit von der Partie. Auch Christian Drosten hat in der Fachzeitschrift für Lenzin – hören Sie zu, Herr Lambsdorff, die Wahrheit wollen Sie nicht hören, das weiß ich, ist mir klar – in der Fachzeitschrift für Lenzin zum bedingungslosen Einsperren der Bürger aufgerufen. Und der Gesundheitsminister Lauterbach erst. Das ist chinesische Null-Covid-Ideologie in Reinform. Jetzt will der politisch-mediale Komplex all das plötzlich vergessen machen. Angesichts der brutal unterdrückten Proteste in China an diesem Wochenende lügen sich deutsche Staatsmedien mal wieder um Kopf und Kragen. In der Tagesschau heißt es, ich zitiere, große Impfkampagnen gibt es in diesem Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern nicht. Stattdessen leben die Menschen in China seit knapp drei Jahren mit immer wiederkehrenden Lockdowns, Massentests, Ausgangs- und Reisebeschränkungen. Zitat Ende. Dabei hat die Volksrepublik China eine Impfquote von 89 Prozent, eine der höchsten der Welt. Aber keine noch so hohe Impfquote hat zum Einknicken der deutschen Regierung in Sachen Null-Covid geführt. Nein, es waren hartnäckige Bürgerproteste und Bürgerproteste allein, denen wir das zu verdanken haben. Die chinesische Strategie der Einschüchterung und Einsperrung, die hier und heute zu Recht einhellig verurteilt wird, war deutsche Staatsräson. Und sie wäre Staatsräson geblieben, wenn nicht die wahre Zivilgesellschaft aufgestanden wäre. Wäre über ganz Deutschland verteilt friedliche Spaziergänge, um dieser skandalösen Politik endlich Einhalt zu gebieten. Zur Verteidigung der jetzigen Regierung ist zu sagen, dass sie auch nur weitergeführt hat, was schon unter der Merkel-Regierung begonnen hatte. In den Expertenrat des Innenministeriums berief sie einen Mann, der nicht nur erklärter Fan von Mao Zedong ist, sondern auch Geld von der kommunistischen Partei Chinas bekam. Der Linguist Otto Kölbl war der Verfasser des propagandistischen Angstpapiers unter dem verräterischen Titel von Wuhan lernen. Ausgerechnet Wuhan, wo das neue Corona-Virus entstanden ist. Ich sage Ihnen, was man von Wuhan lernen kann, wie man ein Virus gentechnisch so manipuliert, dass es hoch virulent wird und man damit eine weltweite Massenpanik auslösen kann. Sie wollten auch noch das chinesische Gesellschaftsmodell imitieren, aber der deutsche Sonderweg gelang Gott sei Dank zu einem Ende. Wenn jetzt noch die Maskenpflicht komplett fällt, dann haben wir endlich unsere Freiheit wieder. Und das wünsche ich auch den mutigen Menschen in China.